Hier präsentieren die 5 besten Kindermatratze Fakten-Test. Lass uns anfangen. For more information. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Automatra Kids. Der Automatra Kids Matratzenbezirk funktioniert im Grunde wie ein großes, matschiges Kissen, aber er ist bequemer als er aussieht. Er besteht zu 100% aus Polyester, mit etwas Vlies, ist also weich, atmungsaktiv und unglaublich bequem, obwohl er fester ist als ein typisches Kissen. Der Bezug mit Reißverschluss ist leicht zu waschen. Wir haben ihn mehrmals in kaltem Wasser gewaschen und er sah danach so gut wie neu aus und ist flexibel genug, um sich an verschiedene Schlappositionen anzupassen. Die beigefügte MemoryFoom Klimawatte ist besonders atmungsaktiv und sorgt so für einen erholsamen Schlaf, der sogar von Orthopäden empfohlen wird. Mit 45 Dollar ist der Automatra Kids Matratzenbezirk teurer als die meisten erhältlichen Kissen, aber der Komfort und die Qualität sind den höheren Preis durchaus wert. Nummer 4. St. Garden Children's. Die St. Garden Kinder Matratze hat eine Standardgröße und ist für den Gebrauch bis zu 6 Jahren geeignet. Die Matratze ist waschbar und mit einem Bezug versehen. Die Matratze ist aus hochwertigem Schaumstoff gefertigt und die Füllung besteht aus Baumwolle. Der Hersteller bietet 14 verschiedene Farben zur Auswahl an. Die Matratze ist sehr robust und kann einiges aushalten. Der Liegekomfort ist sehr gut, auch wenn man mehrere Stunden in der gleichen Position liegt. Außerdem ist der Bezug waschbar. Die Matratze ist auch in Kombination mit dem Bettbezug und dem Bettlaken sehr gut geeignet. Vor mehr Informationen. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Malta Plus Cold Foam. Das Material der Matratze ist nicht besonders atmungsaktiv, aber das Etikett Fast Delivery bedeutet, dass wir innerhalb von 1 bis 2 Werktagen liefern können. Diese Matratze hat eine robuste, langlebige Schaumstoffunterlage, aber sie ist eher fest als weich und eignet sich daher am besten für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem aktiven Lebensstil. Die Matratze ist so fest, dass sie auch in einer völlig aufrechten Position noch eine gute Unterstützung bietet, aber sie gibt deutlich nach, wenn sie völlig entspannt ist. Diese Matratze hat einen dicken, abnehmbaren und waschbaren Bezug und ist resistent gegen Hausstippmilben. Nummer 2. Children's Matrice. Die kindgerechte Matratze des Kinderspezialisten BMM besteht aus festerem Schaumstoff und ist dadurch belastbarer als herkömmliche extra lange Matratzen, der Durchschnitt liegt bei 6 cm. Dadurch werden der Nacken und die Schulterblätter gut gestützt. Die Matratze hat eine Kaltschirmfüllung, die aufgrund ihrer hygienischen Eigenschaften, sie speichert weder Wärme noch Feuchtigkeit, eine gute Wahl für Kinder ist. Die Matratze wird mit einem abnehmbaren und waschbaren Bezug geliefert, der mit einem speziellen Saninaturgewebe ausgestattet ist, das die Oberfläche desinfiziert und Bakterien abtötet. Außerdem ist der Bezug teilbar und der Bezug und der Schaumstiftkern können einzeln gewaschen werden, Kindermatratzen sind oft schwer richtig zu reinigen. Mit einem stabilen Griff lässt sich die Matratze ganz einfach bewegen. Die Matratze ist in verschiedenen Größen erhältlich, wir empfehlen jedoch die Größe 90x200cm, da Jugendliche und Kinder bis zu 60 kg weniger wiegen als Erwachsene. Und die Nummer 1 unserer Liste Automatra Bambini Automatras Bambini Baby Matratze ist eine schöne, erschwingliche Option, die großartig für Babys und Kleinkinder ist. Sie ist fest und gut konstruiert und bietet eine ausgezeichnete Unterstützung mit der richtigen Menge an Sprungkraft. Der Kopf des Kindes berührt die Rückseite der Kopfstütze, wodurch Nacken und Wirbelsäule richtig ausgerichtet bleiben. Und im Gegensatz zu den billigeren Matratzen, die wir getestet haben, hat diese Matratze eine feste Kante, die dazu beiträgt, dass Ihr Kind nicht auf dem Bauch liegt. Auch die Qualität ist sehr gut. Automatras Matratzen sind aus hochwertigen, atmungsaktiven Materialien hergestellt, sodass sie auch nach vielen Wäschen noch gut halten. Der Matratzenbezirk ist abnehmbar und waschbar, sodass Sie die Matratze leicht sauber halten können. Die Matratze hat eine angenehme Größe und passt in Kinderbetten, Kleinkinderbetten und Etagenbetten. For more information Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video Danke fürs Zuschauen Abonnieren unseren YouTube-Kanal Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.